die grundstellung heutiges thema die grundstellung ist die basis von allen techniken die wir ausführen können oder ausführen sollten zur opfer des balles also sehr fundamental für unser torbatspiel und wie so viele andere themen nicht gut genug diskutiert auf breiter ebene mein ziel mit dem heutigen video ist mitzugeben was ihr auf jeden fall nicht tun solltet da ich eine basislogik schaffen möchte und vor allem dass wir die ersten schritte zur situationsdifferenzierung machen wollen ein essentieller schritt um taktik im torwarttraining im torwartspiel des handballs überhaupt erklären zu können oder effektiv eben trainieren zu können ohne situationsdifferenzierung kommen wir nicht weit immer erst einmal würde ich gern aufarbeiten was die bushido torwarttrainerinnen gesagt haben zu dem thema sei es in zukunft über techniken über taktiken über mythen mythen okay tipps und heute eben zur grundstellung gehen wir nach bullshido trainer innen sollte es aussehen wie auf dem foto hier wird wahrscheinlich martias anlassen sein wir sollen so groß sein wie möglich knie durchgestreckt arme durchgestreckt nach oben oberkörper gerade und auf dem vorderfuß stehen die logik sehr simpel umso größer wir sind umso mehr fläche decken wir haben umso mehr fläche wir vom tor abdecken desto mehr bälle werden wir halten und die logik ergibt ja auch irgendwo sinn wenn das tor dann etwas kleiner wäre und wenn unsere anforderungen eben während das tor so gut wie es geht auszufüllen das ist aber nicht der fall zumindest nicht in den meisten situationen der wir die grundstellung braucht es gibt situationen oder auch einfach nur situationen allgemein wo ich sagen würde ja diese grundstellung ist gut da komme ich später hinzu aber in den meisten situationen wo die grundstellung essentiell ist ist sie eben irrelevant und das ist legit 50 50 aller möglichen situationen da kommen wir gleich noch mal zu drauf ich finde das ist eine sehr kurz bedachte logik weil in bis 50 prozent nein in allen situationen ist größe erst mal irrelevant und timing und taktik ist wichtiger gehen wir deshalb eben kurz darauf ein was der sinn der grundstellung überhaupt sein soll um herauszufinden wie sie richtig sein soll und warum die idee der bushido torwart trainer in ihnen eben nicht stimmen kann mein erstes problem mit der bushido definition sozusagen ist es keine situationsdifferenzierung gibt ich finde wir sollten allgemein klar rückraum und den nahwurfzonen unterscheiden und wie es für rückraum und nahwurfzonen verschiedene techniken gibt so sollte es meines erachtens auch verschiedene grundstellungen geben in dem sinn wollen wir sozusagen hinterfragen was soll die grundstellung überhaupt erreichen was sind die anforderungen nachdem wir geklärt haben dass es eine situationsdifferenzierung gibt müssen wir auch erst mal kurz klarstellen dass es die grundstellung persönlich gibt so wie es das selbst nicht gibt weil es eben am ende doch noch eine sehr subjektive sache ist aber da gehe ich später auch noch mal näher drauf ein also wir können zwei große differenzierung machen wir haben aber die rückraumwürfe und die nahwürfe wie bereits gesagt es gibt techniken für nahwurf und rückraum genauso gibt es dann eben auch verschiedene techniken für nahwurf und rückraum und genauso gibt es auch verschiedene grundstellungen für nahwurf und rückraum wichtig ist auch zu sagen es gibt natürlich nicht nur diese beiden situationen wir haben auch sowas wie ein außenwurf oder schlechte winkelwürfe mit gegner in kontakt da wollen wir dann einfach mal kurz sagen dass es zwar diese zwei pole sozusagen gibt aber dazwischen auch ein großes spektrum an möglichkeiten von situationen die irgendwie dazwischen liegen was ein rückraumwurf ganz klar von einem nahwurf unterscheidet sind natürlich die taktiken weil die distanz aber größer ist und um rückraumwürfe praktisch gesehen noch ein block spielen mit dabei haben könntest was die taktiken genau sind und dementsprechend auch die anforderungen da gehe ich dann jeweils darauf ein wenn ich den rückraumwurf beziehungsweise den nahwurf jeweils alleine bespreche fangen wir aber da mit der situation an in dem ich eben am meisten probleme mit einem bullchito trainende definition hätte den rückraumwürfen wie hält man bälle aus dem rückraum rückraum ist für mich alles neun meter und hinter natürlich mancher wird von neun metern abgesprungen von acht metern geworfen dann können wir ihm da sagen dass es da zwischen eigentlich noch einen block gibt und natürlich manchmal ist er auch nicht da aber umso mehr man handball schaut umso klarer kann man dann doch differenzieren okay was ist jetzt ein rückraumwurf und was ist ein nahwurf ganz trocken wie gesagt nahwurf ab 6 meter eigentlich und rückraumwurf über neun meter wie will man diese bälle halten was sind die drei großen ansätze ich habe da einmal ballreaktiv selektiv reagierend und block absprache beziehungsweise pattern recognition beziehungsweise merkmalbestimmung aka wurfbild lesen ballreaktiv heißt für mich faktisch auf den ball reagieren das ist genauso wie ein fußballtorwart auf den ball reagiert wenn jemand von 30 metern auf sein tor schießt auf ihr tor schießt da reagiert die teute in eben faktisch auf den ball auf die richtung auf die flugbahn des balles weil der ball eben weit genug weg ist unabhängig von der distanz dass man da eben ballreaktiv reagieren kann aka den ball wahrnehmen kann in seiner flugbahn und dann eben auf die flugbahn reagiert selektiv reagierend heißt dass man selektive zielbereiche sich selber nimmt zum beispiel sagen wir jetzt mal praktischer ansatz wäre links unten rechts oben und dann muss die teute dann eben während des wurfes schauen ob einer der beiden zielbereiche am ende wirklich angeworfen wurde und alles was man dann macht ist bevor der wurf wirklich erfolgt ist sich in diesen zwei zielbereichen immer visuell vorzustellen wie man den ball halten möchte das ist sehr praktisch wenn man gerade von sagen wir c jugend auf wenn wir gerade von b jugend auf a jugend gehen wo viele werferin halt eben ihre pubertät gerade haben da haben ja viele zumindest im training und auch im spiel ihre zwei lieblings ecken und dann reagiert man eben selektiv stellt sich da schon auf die ecken ein geht zum beispiel auch auf der einen seite ein bisschen tiefer auf der anderen seite reagiert man dann eben mit einer bewegung die für oben ausgedacht ist also jetzt sagen wir mal links unten dann habe ich in meinem kopf schon höhen sitzt mir sozusagen gedacht und bin da immer schon so am zucken fast in den höhen sitzt und für rechts oben daneben halt immer die grundbewegung oben und zuck da auch schon beim abdruckbein eben als würde ich den wurf sozusagen erwarten und das mache ich dann für zwei ecken problem da ist halt natürlich wenn der wurf dann nicht zum beispiel links unten sondern rechts oben kommt dann kriegt mein gehirn nur den impuls rechts und dann bin ich schon mit meinem bein ein bisschen nach oben oder mache ich diese lücke zwischen den beinen auf meiner grundbewegung und dann geht der ball da eben rein das ist halt die gefahr bei selektiver reaktion aber ich finde sie immer noch besser zumindest im jugendalter als wenn wir im jugendalter schon versuchen würden das wurfbild zu reden oder zu antizipieren das wäre nämlich schritt drei wurfbilder lesen pattern recognition slash blog absprache da sage ich gleich zu was pattern recognition ist einfach dass unser unterbewusstsein sich gewisse merkmale vom werfer in von werferinnen allgemein gemerkt hat sowas wie wenn der ellenbogen über die schulter zieht dann kommt der wurf in 95 prozent der fällen in eben die vom ellenbogen anvisierte ecke das ist eben auch der grund warum ältere teute noch so lange gut mitspielen können thierry homoyer apat sterbig die haben ja alle irgendwie mehr handball gespielt als ich zum beispiel gelebt habe und pattern recognition lebt eben davon richtig viele wurfbilder gesehen zu haben da passiert nichts anderes als das dann als dass das unterbewusstsein sich sozusagen diese wurf merkmale der spieler immer merkt und dann kriegt man ein gefühl dafür über zeit wo der wurf jetzt hinkommt obwohl man gar nicht mehr wirklich bewusst auf den ball reagiert sondern das unterbewusstsein in der wahrnehmung einfach die spieler analysiert und guckt okay wie hängt das jetzt mit anderen alten merkmalen wurfmerkmalen wurfbildern zusammen die ich bis jetzt erlebt habe und umso älter man wird umso mehr wurfbilder hat man gesehen hoffentlich mehr gespeichert und dann ist dieses gefühl in welche ecke man jetzt gehen soll welches ja viele teute in dem alter dann anleitet öfters richtig weil das gefühl auf mehr erfahrungen basiert ich zum beispiel ich kann noch nicht wirklich gut pattern recognition benutzen mein bauchgefühl sozusagen ist aber noch nicht trainiert genug und ich habe noch nicht genug wurfbilder gesehen zum glück bin ich auch noch nicht in der liga wo das unbedingt nötig ist aber nur mal als beispiel so das sind die herausforderungen was wir sehen sind einerseits anforderungen die von uns brauchen dass wir reagieren und andererseits dass wir eben die grundbewegungen sauber ausführen müssen grundbewegungen dass wir jetzt oben und unten mitte kann man eigentlich die unten oder oben benutzen weil beide am ende den zielbereich abdecken und dann hätten wir noch eine bewegung wie den höhensitz oder ich würde zum beispiel hechten was ich dann aber nur sagen will wir müssen schnell in kurzer zeit kraft produzieren um effektiv die grundbewegungen auszuführen meine philosophie würden wir das abdruck nennen kann aber auch verstehen wenn andere leute ohne einen sprung sozusagen arbeiten wollen weiß aber ehrlich gesagt nicht woher dann die kraft produziert werden soll das mit der kurzen kraft produzieren ist halt eben mit der vielen mit der hohen kraft in kurzer zeit produzieren ist eben nötig damit unsere reaktionen irgendwie am ende sinne gibt wenn wir reagieren sei selektiv oder ball reaktiv oder eben unsere entscheidung treffen in einer pattern recognition aber keine jeweilige handlung dafür umsetzen die schnell genug ist den ball zu halten dann können wir es auch gleich lassen deswegen wollen wir viel kraft in wenig zeit sozusagen aufbringen können wie machen wir das genau nicht so wie die bushido trainer es von unserer grundstellung erwarten es funktioniert ganz einfach nicht wie die bushido trainer es von uns haben wollen weil so muskeln nicht produzieren um kraft zu erzeugen um abdrücke zu erzeugen um unseren körper zu bewegen brauchen muskeln weil muskeln bewegen unsere passive strukturen im körper wie funktionieren muskeln also grob gesagt wie funktioniert kraft muskeln funktionieren so dass sie aus einer gedehnten position dann in eine gekürzte position gehen müssen um kraft aufzubringen die uns bewegt muskeln kann auch natürlich in einer gekürzten position kraft aufbringen das nehmen wir dann je nachdem wie der widerstand gerade ist da will ich aber nicht zu tief drauf eingehen isometrische kraft aber um bewegungen eben zu erzeugen brauchen wir eigentlich immer muskeln die in der gedehnten position sind und dann verkürzen um uns zu bewegen denn so wird kraft erzeugt ein schlag der weh tut aus einer gedehnten position erzeugt mehr kraft als ein schlag wo ich aber nur das mache das ist nicht mein schlag logik problem jetzt aber leider wie wir schon erkennen können an der bushido trainer in grundstellung ist dass alle muskeln die für unsere fortbewegung oder unseren abdrück oder die kraft erzeugung verantwortlich werden in einer vollgekürzten position sind also der muskel gar nicht mehr verkürzen kann wenn der muskel nicht verkürzen kann können wir keine kraft aufbauen was sie dann häufig bei diesen teutern sehen sind entweder zwei sachen sie benutzen sehr kleine sehr kleine muskeln vergleich zu den anderen muskeln die zur fügung ständen zum beispiel hier würden viele mit den waden arbeiten allerdings würden die waden am ende weniger kraft produzieren wenn wir die waden den oberschenkel die hamstrings und die hüfte noch benutzen würden dann würden die vier muskeln am ende mehr kraft erzeugen als die waden ist irgendwo klar sind einerseits vom querschnitt größer und andererseits mehr muskeln fahrsam zusammen andererseits können dann eben die großen muskeln nicht mehr bei der kraft erzeugung helfen oder müssen erst aus der gekürzten position wieder eine gedehnte position dann wieder zu verkürzen was zeitlich gesehen sehr ineffizient ist zeit die wir im rückraum nicht haben weil entweder reagieren wir ballreaktiv da müssen wir super schnell sein selektiv reagierend müssen wir auch schnell sein und bei dem pattern recognition wollen wir eigentlich auch so lange warten wie möglich heißt aber auch wiederum dass wir aus diesem langen warten wieder so schnell wie möglich unsere bewegung ausführen müssen das heißt in allen diesen drei taktischen ansätzen müssen wir schnell sein schnell heißt vor allem so wenig zeit wie möglich mit irgendeiner anderen sache verlieren und diese zeit würden wir eben verlieren wenn wir aus einer gestreckten position mit den knien beispielsweise unsere knie erst flexen müssten also die muskeln in eine dehnung stellen müssten in diesem fall den quadriceps oder quadriceps wie die streberin unter uns der dann wiederum aus dieser gedehnten position wieder verkürzen würde um uns dann sozusagen abzudrücken wenn wir einen anderen ansatz benutzen da werde ich später noch mal darauf eingehen wie zum beispiel die profis es tun oder ich es auch empfehlen würde unsere grundstellung also auf dem vorderfuß ist mit einem kniewinkel von 90 bis 110 grad warum erkläre ich auch noch mal gleich leicht gebeugten hüften und damit auch oberkörper dann können wir sofort aus dieser position ein abdruck oder kraft erzeugen weil unsere muskeln alle vorgedehnt sind in dieser position müssen unsere muskeln erst von voll gekürzt zu verlängert um dann wieder zu kürzen drei schritte hier müssten wir von vorgedehnt als zwei schritte hier müssten wir von vorgedehnt zu verkürzen einen schritt hier sparen wir mehr zeit und bei den bushido trainern verlieren wir mehr zeit jetzt mal die andere situation die andere große situation das wäre der nahwurf nahwurf für mich alle sechs meter also wenn jemand acht meter eins gegen eins gewinnt durchbricht nahwurf tempo gegen schuss nahwurf kreisanspiel nahwurf ihr checkt es bei diesen würfen kann man gar nicht mehr reagieren also weder ballreaktiv noch selektiv reagieren deswegen müssen wir alles unseren pattern recognition oder wurfbild lesen heißt wir haben einfach andere anforderungen wir müssen weniger laterale kraft aufbringen einfach weil wir immer unsere schritte nach vorne machen was so richtig ist und das tor nach vorne kleiner wird aber dafür höher da das tor dann höher wird ist der tipp von wir müssen groß bleiben beim rauskommen auch tendenziell ein guter tipp es gibt natürlich einzelne situationen wo wir auch klein werden können oder runter gehen können also nicht groß bleiben und die techniken die wir benutzen leben auch tendenziell davon dass wir lateral weniger kraft erzeugen müssen dafür vertikal aber mögliche techniken sind zum beispiel der kick die schere der pallica kick spagatsprung himmelbein und so weiter und so fort wie ihr dort seht die absprünge die passieren die müssen jetzt nicht so kraftvoll sein dass wir irgendwie 40 meter über dem boden liegen schweben da die meisten sachen eben mit einer beinbewegung nach oben ausgeführt werden das heißt unsere hüftweiger müssen einfach gut arbeiten können und wir müssen wirklich genug dafür sein warum ich hier die grundstellung der der bullshidotor trainenden sogar möglicherweise kopieren würde ist einfach nur weil es wirklich sehr oft der fall ist dass wir oben das tor verteidigen müssen bei durchbrüchen ja es gibt natürlich aufsetzer aber in den regelfällen oder in vielen fällen kommen ja viele würfe pfosten flach oder eben hoch slash mittig und da müssen wir dann immer unseren beinen und händen arbeiten können und stehen wir in einer breiten grundstellung sind wir faktisch gesehen kleiner soweit dass unsere hüfte niedriger oder näher am boden ist wenn wir aus dieser sage ich jetzt mal kleineren grundstellung oder einfach reagierenden grundstellung jetzt unser bein heben würden seht ihr aber dass unser bein abhängig von der höhe der hüfte ist inwieweit das bein dann selber hoch kommt wenn die hüfte 20 zentimeter über boden ist kommt unser bein vielleicht maximal auf 60 ist unsere hüfte dafür aber 40 zentimeter kommt unser bein dann automatisch auf 80 zentimeter nicht weil die person bewirklicher geworden ist sondern weil die hüfte also da wo das bein dann halt eben ansetzt oder den ursprung hat weiter oben ist und damit kann das bein wieder weiter nach oben deswegen will ich dass wir in der hüfte so groß wie möglich bleiben damit das bein so weit nach oben wie möglich kommt je nach beweglichkeit der toyota in und nicht eben von der hüfthöhe eingeschränkt wird und die hüfte ist am ende von unserem kniewinkel und auch natürlich von unserem sprunggelenk abhängig die müssen dann eben groß bleiben und deswegen finde ich es okay wenn wir hier mit kniegelenken arbeiten die natürlich gestreckten position sind da wir eben auch nicht so viele vertikale kraft erzeugen müssen normalen disclaimer mir ist aufgefallen ich habe die hände vergessen die hände sind eigentlich ziemlich irrelevant wie matt's olsen sagen würde das ist not the most important part matt's olsen ist ein torwarttrainer den ich persönlich sehr respektiere und ich wünsche er würde auch irgendwie von der community mehr aufmerksamkeit kriegen er meinte dass das ist halt drei verschiedene arten gibt boxer dass wir pallica dann die torhüter innen die halt eher ellenbogen auf schulterhöhe haben aber immer vorne das wäre glaubt mir so an die wolf und dann jemanden der die arme komplett ausgestreckt hat das wäre dann so ein janik red er meinte aber auch dass armehühe mittlerweile irrelevant ist und ich würde das auch unterschreiben weil wir auch einfach leute wie silvio heinevetter haben die ihre arme wie ein fußballtorwart legit halten apropos fußballtorwart da wollte ich auch noch mal kurz eingrätschen der grund warum fußballteuteln und eben diese von mir vorgeschlagen und auch von dem provis kopierte grundstellung eben auch sinne gibt es ist dass wir aus dieser vorgedehnten position meistens ja auch kleine springchen machen ich mache das zumindest immer im fußball nennen wir das wenn wir das zu krass machen immer den ski ersprung das ist dann sozusagen eine auftakt bewegung diese auftakt bewegung bringt unsere muskeln aber noch mal in eine dehnung oder aus dieser dehnung kann dann durch den dehnungserkürzungszyklus aka stretch shortening cycle deutlich cooler auf englisch können muskelspindeln in den muskelfasern aktiviert werden die dann noch mal zur kraftproduktion und vor allem zur kraftproduktion in kurzer zeit beihelfen können und deswegen finde ich allgemein auch sollten wir so lange wir noch reagieren oder immer wenn wir reagieren wollen sei selektiv oder ballreaktiv tendenziell in einer grundstellung stehen wo wir vorgedehnte muskulatur haben um eben den stretch shortening cycle benutzen können slash dehnungserkürzungszyklus um die muskelspindeln zu aktivieren um mehr kraft erzeugen zu können in einem kurzen zeitraum so letztes kapitel was machen die profis die profis machen das was ich eigentlich beschrieben habe deswegen habe ich auch bilder eingeblendet die profis stehen halt eben auch bei rückraumwürfen eher in der tieferen position mit der hüfte geknickt oberkörper deswegen auch leicht abgesenkt das ist eigentlich nur da um den gluteus maximus und medius noch nutzen zu können und dann eben auch mit den händen je nachdem boxer neun ellenbogen auf schulterhöhe oder ausgestreckt es ist ziemlich egal wie man zu außen sagen würde der grund warum wir 90 bis 110 und 90 wäre ich auch ein bisschen vorsichtig 90 bis 110 vorschlagen würden liegt einfach an den muskelfasern bzw an den sarcomeren wie die aufgebaut sind ab einem gewissen punkt kann das titi nicht mehr zum aktiven greifen das ist jetzt ein bisschen nerdy kann das titi nicht mehr im aktiven greifen weil der muskel dann so weit ausgedehnt ist dass nur sehr wenige titi im köpfe am aktiven greifen könnten deswegen kann er weniger kraft produziert werden und wenn wir zugekürzt sind sozusagen dann kann keine wirkliche verkürzung mehr stattfinden um kraft zu erzeugen deswegen sind wir bei 90 bis 110 grad tendenziell am stärksten weil die titiens da am effektivsten mit der größten kraftproduktion in relation zur länge arbeiten können guckt euch einfach bitte mal ein video zu sarkomeren an die erklären das deutlich besser das einfach nur die logik die ich dann von meinem professor für mich verdummt habe damit ich es im alltag besser in meinem kopf haben kann als die wissenschaftliche definition ich habe halt echt auch keinen bock solche aktionspotenziale und so ein shit mir merken zu müssen alles alles literatur steht den ich nicht in meinem kopf haben will was aber auch noch für mich ganz wichtig ist es eben zu sagen ja die bushido trainer hätten im rückraum eben unrecht aber wir sehen auch bei den nahwurfzonen dass es diesen übergang von rückraum zu nahwurfsituationen für die teute eben auch gibt die kommen dann immer schön raus und werden aus ihrer fußball ähnlichen grundstellung sage ich jetzt mal in eine dann mehr bushido trainer in den grundstellung übergehen um eben die höhe zu haben und eben minimal vertikale kraft erzeugen zu müssen da werde ich jetzt ein paar clips hier einblenden hoffentlich von janik krehen der macht das oder da sieht man das visuell immer sehr gut je nachdem was gerade sache ist hat er eben seine grundstellung und geht dann bei angriffen sozusagen die in den nahwurf kommen werden wie bei kreisern spielen wie bei außenwürfen geht er dann immer schön in seine große grundstellung über also noch mal zusammengefasst rückraumwürfe nahwürfe haben eine andere grundstellung in rückraumwürfen wollen wir eine der drei taktiken benutzen ballreaktiv selektiv reagierend oder pattern recognition slash block absprache zu denen werde ich wahrscheinlich auch noch mal eigene videos machen aber solange wir reagieren wollen oder allgemein wenn wir eine grundbewegung aussehen wollen würde ich immer raten eine fußball ähnliche grundstellung einzunehmen mit den arm tendenziell irgendwo auf boxer höhe mindestens alles drunter finde ich persönlich ein bisschen sehr weit um zu travel habe es aber auch schon mal gemacht ich habe meine hände zum beispiel wie so ein t-rex immer hier vorne weil ich dann für meinen teil immer sehr gut noch nach unten komme das ist mein problem finde ich wenn ich meine arm irgendwie hier habe außer ich rate irgendwie schon zwei sekunden bevor geworfen wird das nach dass der wurf nach unten kommt aber das soll ja nicht machen oder tendenziell nicht machen fußball ähnliche position einnehmen ich würde immer sagen mindest schulterbreite würde ich empfehlen alles enger dann wird es aber mit der balance ein bisschen schwieriger wenn man hin und her läuft kniewinkel mit maximal 90 grad würde ich empfehlen aus eigener frauen kann ich sagen dass vor allem die würfe oben dann bei weiteren runter gehen bei weiterer flexion des kniegelenks einfach dann doch zu weit weg sind oder eben die sarkomere wenn man dann doch zu tief runter rutscht sarkomere nicht richtig arbeiten können bis das titen oder martin nicht mehr so effektiv ziehen kann oberkörper leicht nach vorne hüfte auch leicht geknickt um noch die hüftmuskulatur mit in die kraftproduktion einzubinden das heißt ganz am ende einfach nur gesagt dass unser körper gewicht vorne sein soll weil das ist genau das was passiert wenn unser oberkörper vorne ist unser körper gewicht fällt auch noch vorne ich mache vielleicht auch irgendwann ein tutorial dazu wie ich meine grundstellung immer mein toy dann sozusagen finden lassen weil da gibt es eine sehr einfache übung mit dem körpergewicht einfach weil mir ist auch gefallen ja wir wollen unsere knie flexen für die kraftproduktion des quadriceps humores aber wir wollen auch die knie flexen oder flexionen bringen damit unser körpergewicht immer noch nach vorne ist aber wir halt nicht nach vorne fallen da ist dann das kniestoß dann war für mich ist der wichtigste faktor eigentlich sogar das körpergewicht nach vorne weil sonst sind wir immer 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 tiptoe bereit für den ball auf dem wir reagieren müssen für die bewegungen die wir ausführen müssen im kontrast dazu dann eben der nahwurf da bitte schön so groß bleiben wie möglich auch im vorderfuß nicht perfekt auf den zehenspitzen einfach vorderfuß das körpergewicht tendenziell nach vorne ist und dann eben unsere nahwurf bewegungen ausführen die eben nicht grundbewegung oder tendenziell auch nicht hören sitzen sondern sowas wie der kick die schere spagatsprung himmelbein oder sternsprung oder was weiß ich seid kreativ es gibt noch bewegungen die keinen namen von mir haben da werden wir auch in zukunft schauen das war das video zur grundstellung ich hoffe euch hat es gefallen teilt das gerne mit toyota in die eben noch keine gute grundstellung haben oder wie bolschido trainer innen es empfehlen würden die ganze zeit im tor stehen wir sehen uns beim nächsten mal